Nein, also ich muss mal sagen, da bin ich... Aufbrechen zu neuen Ufern. Ja, das ist es. Das ist es doch. Das ist es. Das war ihr gegönnt. Bleiben Sie denn in Schweden oder ist es auch nur ein Zwischenstopp? Das weiß ich auch nicht. Wie lange Sie lebt? Das weiß man anders nicht. Ich wünsche ja noch. Ich kann in den Himmel gehen, ich kann in der Hölle gehen, ich kann ja auch nach England gehen, nicht wahr? Weitland. Man weiß nicht. Wenn Sie endlich mal wieder kommen, ja.